Was ist ein Online-Marketing-Berater? Ein Online-Marketing-Berater hilft Unternehmen, die für sie richtigen Möglichkeiten beim Online-Marketing zu finden und richtig umzusetzen. Das Online-Marketing entwickelt sich sehr, sehr schnell. Es gibt immer wieder neue Kanäle, es gibt immer neue Möglichkeiten und die Regeln auf diesen Kanälen und Möglichkeiten ändern sich ständig. Zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Google ändert zwei bis dreimal am Tag die Regeln. Facebook hat immer wieder andere Varianten, wie sie den Stream zusammenstellen für den User. Und man möchte da drin sein und beim User präsent sein. Und all diese kleinen Feinheiten sind ein bisschen anspruchsvoll, das alles zu verfolgen, wenn man jetzt noch das Tagesgeschäft als Unternehmen auf die Reihe kriegen will. Man will ja eigentlich Umsatz machen. Und zudem ist es so, das Budget von den Unternehmen wächst ja nicht nur ständig fürs Marketing, nur weil es immer neue Marketingmöglichkeiten gibt. Man sagt, ja, dann haben wir dieses Jahr diese ganzen Sachen gemacht und nächstes Jahr machen wir noch die anderen zusätzlich. Und an dem Punkt kommt der Online-Marketing-Berater ins Spiel und schlägt dem Unternehmen vor, welche Möglichkeiten es nutzen kann, wie es die Möglichkeiten nutzen kann, sodass das Budget am besten ausgeschöpft wird, um den meisten Umsatz zu erzielen. Bei den typischen Fehlern, die man so in AdWords machen kann, da muss man unterscheiden zwischen Anfängerfehler und Fehler, die Anwender machen, die schon länger dabei sind. Typische Anfängerfehler sind, einfach mal mit AdWords starten. Das ist so eine Learning-by-doing-Geschichte gewesen, vor zehn Jahren vielleicht mal bei AdWords. Aber AdWords hat sich extrem entwickelt. Es ist eine hochkomplexe Werbemöglichkeit. Und wenn man da einfach rein startet, dann kostet das einfach nur viel Geld und bringt nicht besonders viel. Und man zieht frustriert wieder von dann und sagt, das hat ja gar nicht funktioniert. Insofern muss man sich damit schon beschäftigen. Also mit Learning-by-doing kommt irgendwann, aber bitte mit auf hohem Niveau starten. Und die typischen Fehler, die Anfänger machen, sind erstmal viel zu viele Keywords. Dann sind die Keywords weitgehend passend eingebucht und nicht in den über Keyword-Optionen passende Wortgruppe und genau passend. Dann werden negative Keywords nicht eingebucht. Das heißt, Keywords, die ausschließen, zu welchen Begriffen man nicht angezeigt werden möchte. Die ganze Kampagnenstruktur, Anzeigenstruktur ist meistens sehr einfach gehalten. Ein, zwei Kampagnen, vielleicht mal eine, vielleicht auch nur eine. Man startet einfach. Es ist aber sehr wichtig, dass man eine sehr sauber differenzierte Kampagnen- und Anzeigenstruktur hat. Dazu auch die Anzeigen, Texte dann passen und so weiter. Diese Granularität ist sehr wichtig. Wird gern übersehen, weil es viel Arbeit ist, gerade von Anfängern. Dann zu niedrige Gebote und zu niedriges Budget. Google selber sagt es so, wer mit einem hohen Budget und viel Geld startet, also mit hohen Geboten startet, der wird ja automatisch sehr gut angezeigt. Weil Google kennt die Kampagne ja noch nicht, die neu startet und sagt erstmal, das wird wohl gut sein. Und wenn man dann sich dann ein bestimmtes Niveau erarbeitet hat, dann erkennt der Automatismus bei Google, dass das eine wertvolle Kampagne ist und man kann mit weniger Budget und weniger Gebot die hohen Positionen halten. Und das ist eben der typische Anfängerfehler, den man auch wirklich nicht wissen kann, wenn man das noch nie gemacht hat. So, das sind so ein paar Dinge. Aber damit man da nicht reinrutscht in die Falle, hat Google eigentlich was erfunden. Und zwar gibt es ein Team in Deutschland, wenn man mit AdWords startet, ruft man einfach die Nummer an, die eingeblendet wird und man kriegt jemanden, der an die Hand nimmt und die ersten Kampagnen richtig mit aufsetzt und genau diese Fehler vermeidet. Derjenige kann natürlich nicht, dass das Unternehmen genau kennen, aber der hat schon sehr, sehr viele Kampagnen aufgesetzt und der weiß genau, was funktioniert und was nicht und wie man es strukturieren muss. Und deswegen muss man diese Möglichkeit als Anfänger eigentlich unbedingt nutzen. Bei den fortgeschrittenen Usern, da gibt es andere Arten von Fehlern. Typischerweise verliebt man sich in Keywords, Anzeigen, Kampagnen, die funktionieren gut und die haben doch letztes Jahr gut funktioniert, die haben immer gut funktioniert und da will man nicht viel daran ändern, spart ja auch Zeit und man hat ja mal einmal was geschaffen und das klappt jetzt ja auch. Und das ist fataler Gedankenfehler, denn der Markt bewegt sich ja. Die Wettbewerber beobachten einen, die probieren das dann auch aus und schon funktioniert seine eigene Kampagne viel schlechter. Das heißt, Keywords werden vielleicht viel zu teuer, man lässt es lieber, weil da gar keine Conversion mehr drauf stattfindet oder ähnliches. Das heißt, diese ganze Dauer einmal eingerichtet und dann läuft das schon, Variante, das ist fataler Gedankenfehler. Das zweite ist der Qualitätsfaktor. Nach ein paar Monaten oder auch schon nach Wochen hat Google einen sehr stabilen Qualitätsfaktor errechnet pro Keyword und wie gut die Anzeige funktioniert. Das basiert auf dem Keyword selber, dem Anzeigentext und der Landingpage. Und dieser Qualitätsfaktor ist entscheidend, was ein Klick kostet und wie der Anzeigenrang eigentlich ist. Also erstmal ist eigentlich der Anzeigenrang und dann kriegt man einen Anzeigenrang und je nachdem, was man dann bietet, kann man dem, der vor einem steht, dann überbieten oder nicht. Und das errechnet sich eben aus Qualitätsfaktor und dem Gebot. Und spannenderweise wird dieser Qualitätsfaktor und seine, es gibt drei, vier Spalten dazu, zur Qualität des Keywords, der Anzeige und der Landingpage. Und dieser Qualitätsfaktor ist nicht standardmäßig eingeblendet bei AdWords. Das heißt, man muss ihn in der Spaltenauswahl selber auswählen. Und da kommt der Punkt her, dass man ihn immer übersieht. Leider ist er aber einer der entscheidenden Punkte zusammen mit dem Gebot. Und der dritte Fehler, den fortgeschwindene Anwender machen, ist, sie beachten nicht, was es an Neuerungen bei AdWords gibt. Google bleibt nicht stehen. Das System entwickelt sich sehr, sehr schnell. Und Google probiert immer viele neue Sachen aus. Und manchmal bekommt man schon in der Beta-Phase die Möglichkeit, die neuen Sachen auszuprobieren. Und man muss immer damit rechnen, wenn man in einem umkämpften Markt ist, dass der Wettbewerber, wenn er die Chance hat, etwas zu nutzen, es auch nutzt. Zum Beispiel, das fing an damals mit den Anzeigenerweiterungen. Anfangs waren es kleine Anzeigen. Plötzlich hatten Leute eine Zeile darunter und vier Zeilen darunter. Und andere hatten das noch nicht. Und natürlich hat der mit den vier Zeilen darunter viel mehr Platz. Heutzutage kann man da ganze Preistabellen, Veranstaltungslisten und sonst was reintun. Reiseunternehmen können da Reiseabflugdaten hinterlegen. Also da kann man eine sehr, sehr große Anzeige bauen, die sehr viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt. Und wer das nicht beachtet, der ist dann mit seinen zwei, drei Zeilen darunter leider etwas verloren. Wenn man startet, sollte man darauf achten, dass man immer den Kunden im Kopf hat. Das heißt, was für eine Absicht hatte er, als er den Suchbegriff eingetippt hat. Was möchte er dann in der Anzeige lesen, was ihn dazu animiert, zu klicken. Und wenn er auf die Anzeige geklickt hat, was wird ihn wohl auf der Landingpage erwarten, das genau zu dem passt, was er eigentlich sehen möchte, wonach er gesucht hat. Dieser drei Klang, Keyword, also Suchbegriff, Anzeige und Landingpage, die sind die Magie von AdWords. Wenn das funktioniert und zusammenpasst, dann ist der Kunde an dem Punkt, wo er eigentlich sein wollte. Er hat eine Lösung für die Frage, die er eingegeben hat oder den Suchbegriff und kann dadurch entscheiden, möchte ich hier weitermachen, gefällt es mir. Und ansonsten, wenn wir da nur auf die Startseite verlinken oder sowas von einer Anzeige, die generisch sagt, wir sind besonders gut, kommen Sie doch zu uns und dann ist man auf der Startseite. Das kann einfach nicht funktionieren. Dann, wie schon gesagt, beim Start nicht mit Budget und geboten Geizen. Dann sollte man alles nutzen, was an Anzeigenerweiterung, Snippeterweiterung, Telefonanruferweiterung und so weiter, was Google einem bietet, wenn es denn zum Angebot passt. Es passt nicht immer, aber was an Möglichkeiten passt, sollte man nutzen. Wenn man einen Online-Shop bewerben möchte, dann ist Google Shopping hochspannend. Google Shopping ist eine Variante von Google AdWords. Es wird separat gepflegt, aber über das AdWords-Konto gesteuert. Und dann kriegt man direkte Produkte mit Preisergebnissen oben angezeigt. Und da das schon sehr viele machen, die Shops haben und die Leute schon sehr, sehr dediziert nach einem Produkt suchen mit jeglichen Spezifikationen dazu, ist es halt wichtig, dass die Google Shopping-Anzeige dann erscheint. Und eine weitere Variante von AdWords ist das Remarketing. Das ist immer dann, wenn Kunden nicht sofort kaufen, wenn Kunden überlegen, ob sie das Produkt haben wollen. Und es ist einfach so, Menschen verkaufen sich Produkte eigentlich teilweise selber. Das heißt, sie brauchen ein bisschen Bedenkzeit, finden das spannend. Eine neue Kamera kostet 400 Euro, man will sie haben, die kann eigentlich alles, aber die andere tut es ja eigentlich auch noch. Und dann, wenn man dann mit Remarketing immer mal wieder anstößt und sagt, Hallo, wir sind noch da, das Angebot war eigentlich ganz gut, was sagst du dazu? Dann kommt der Kunde zurück und kauft. Also mit Remarketing, wenn man es nicht übertreibt, haben schon sehr viele Unternehmen sehr große Erfolge erzielt. Also grundsätzlich natürlich die AdWords-Oberfläche. Unter der verbirgt sich ja nicht nur die Verwaltung des Kontos, sondern es gibt diverse Möglichkeiten für Berichte und Filter. Und so findet man Schwachstellen im Konto. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Und bevor man das Ganze anlegt, ist natürlich zwei Dinge wichtig. Keyword-Recherche und was machen die Wettbewerber? Für die Keyword-Recherche gibt es eine Menge Tools. Fängt an bei den Keyword-Planner oder den Keyword-Tools, die in AdWords selber sind. Man kann Google-Tools nutzen, wie Google Trends funktioniert, aber erst ab einer bestimmten Suchgröße, Suchvolumina. Es gibt kleinere Tools und es gibt so Tools, die die Google-Suggest-Vorschläge auslesen und ähnliches. Da muss man einfach nur mal nach Googlen, Keyword-Recherche-Tools, da findet man viele gute. Und dann gibt es noch so diese Tiefen-Recherche, wo man sich in Foren und Blogs alles anschaut. Wenn jemand jetzt zum Beispiel ein ganz bestimmtes Thema hat, wo viele Leute darüber diskutieren und für diese Gruppe hat er eine Lösung, dann ist so ein Keyword-Tool manchmal ein bisschen sperrig. Es kommen dann Worte raus, weiß man nicht so genau, geht das in die Richtung, was für eine Suchintention hat der Kunde eigentlich. Und um ihn besser zu verstehen, kann man in Foren und Blogs recherchieren. Manchmal ist es auch ganz einfach, man guckt, was hat der Wettbewerb gemacht. Wenn der mit einem ähnlichen Produkt schon am Markt ist und erfolgreich ist, dann muss man einfach mal zu Firmen gehen wie SEMrush. Das ist ein Tool, das beobachtet alle möglichen AdWords-Anzeigen und Suchergebnisse, also SEO. Und zu den Keywords ordnet er das dann zu und sagt dann auch, welche Firma hat er damit geworben. Und so kann man natürlich entweder über den Wettbewerber oder über das Keyword sehen, was für Anzeigen dazu geschaltet werden und was die Klickpreise ungefähr sind. Als Online-Marketing-Berater ist es natürlich essentiell, am Ball zu bleiben und immer die neuesten Trends zu verfolgen. Ich bediene mich da diverser Quellen, zum Beispiel Foren, Blogs, Newsletter, Webinare, Podcasts. Da kommen schon mal fünf Stunden in der Woche locker zusammen. Und bei den Quellen ist es so eine Sache. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sehr viel schreiben. Das ist aber nicht immer alles richtig und auch nicht unbedingt verlässlich. Ich versuche so, die auf die verlässlichen Quellen einzuschränken. Das ist zum Beispiel Moss und Neil Patel aus Amerika. In Deutschland sind es zum Beispiel auch Tool-Anbieter wie Sistrix, Searchmetrix und SEMrush, die ich schon genannt hatte. Oder auch, wenn es um das Thema Conversion-Optimierung geht, Firmen wie Konversionskraft und Unbounce. Die Sprachsuche ist ja noch sozusagen am Anfang. Wir haben jetzt überall diese Geräte, diese kleinen Assistenten, aber jeder hat ja eigentlich auch ein Smartphone und kann da reinsprechen. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Dieses Beispiel von Alexa aus der Fernsehwerbung, wo man dann sagt, Alexa macht das Wohnzimmer blau. Das ist so lustig, aber leider total nutzlos. Niemand hat die blaue Lampen, man hat die Steuerung nicht dafür da. Ist ein schönes Beispiel, das einfach nur zeigt, was möglich ist, aber praxisfremd. Praxisnäher ist, ich möchte etwas kaufen. Wir sind ja im Marketing. So, und wenn derjenige reinspricht, zum Beispiel bei Alexa, dann kriegt er eine lange Antwort. Meistens diese Zeile, die man bei, wenn man auf Amazon ist, die erste Zeile. Und da schreiben heute Leute zum Beispiel, weil es um Kamerazubehör geht, sehr, sehr viel rein. Und dann liest Alexa das komplett vor. Und dann soll man das alles aufnehmen und überlegen, brauchte ich jetzt genau das? Also man kann sagen, Shopping macht ohne Angucken von Produkten und ohne Vergleichen von Produkten und ohne Vergleichen von Preisen am Ende auch wenig Spaß. Das heißt, da ist das noch komplett in den Kinderschuhen. Man kann irgendwas bestellen, was man kennt, was man immer wieder haben will. Einfache Produkte. Aber ein Shopping-Erlebnis oder eine Suche, die zu einem Kauf führt, ist das noch nicht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Google-Smartphone in der Hand und sprechen da rein. Und sagen, wir möchten jetzt gerne ein Windows-Notebook mit Windows 10 und 15,6 Zoll Bildschirm haben. Dann kriegen wir keine Antwort vom Hörer, sondern wir kriegen das Ergebnis der normalen Suchabfrage. Das heißt, ich hätte es auch tippen können, es war nur einfacher. Es macht natürlich viel mehr Spaß reinzusprechen, aber der Punkt der Sprachsuche endet genau nach der Frage. Das ist was anderes, wenn man nach Wetter fragt, wie ist das Wetter morgen in Hamburg, dann kriege ich eine komplette Antwort. Es wird regnen bei 8 Grad und Sturmböen. Das geht aber bei den Suchergebnissen von zum Beispiel einem Notebook nicht. Wenn man sagt, ich möchte das beste Notebook haben, Windows 10 mit SSD-Festplatte und 15,6 Zoll, also ich habe es noch deutlich spezieller ausgedrückt, kriege ich trotzdem nur eine Sammlung von AdWords-Anzeigen, Shopping-Anzeigen und Vergleichsseiten von Chip und Co. Das heißt, er kann nicht sagen, hallo Herr Rick, hier ist das richtige Notebook für Sie. Da sind wir noch nicht. Das kommt vielleicht mal, wenn das Unternehmen Google oder auch Alexa, also Amazon, genug Informationen über mich gesammelt hat und weiß, ich kaufe eigentlich immer die und die Marke und ich will wahrscheinlich jetzt das Neue davon haben. Aber einerseits möchte ich gar nicht, dass Google das alles weiß und andererseits weiß ich nicht, ob er dann immer noch die richtige Entscheidung trifft. Das heißt, für das Marketing tut sich derzeit erstmal noch gar nichts. Das Suchergebnis sieht genauso aus, als hätte ich es getippt. Gut das zeigt, dass wir wieder zurückke